Und herzlich willkommen zurück zu der Geruhenspiel Dishonored 2. Wir sind hier an dem Punkt, wo wir das letzte Mal ran. Wir gehen jetzt hier mal runter. Durch Ihren selten Raum, gab es heute einen Kapitän in den Docken, der sich für den Royal Protektor befindet. Find sie. Geh aus der Dunwall. Alexei, ich bin sorry. Auf Wiedersehen. hat. Ich würde es mal wieder kurz da lassen und dann geht es auch schon wieder weiter. Genau, weil wir haben es schon gelesen und deswegen schaue ich mal, dass wir hier das schnell weiterkriegen, damit wir etwas gespielt bekommen und ein bisschen in der Story vorankommen. Ich glaube, das ist euch auch recht. Falls ihr das lesen wollt, dann könnt ihr das ja selber. Wir können hier leider nicht in unserem Safe-Room. Deswegen. Ich habe mich schon außerdem entschieden, dass ich hier das Play-Through spielen will als der rachsüchtige Emily, die das alles ziemlich scheiße findet. Was hier passiert. Und deswegen gibt es Mord und Totschlag. Zack. Warte, da unten. Da unten ist einer. Dem müssen wir es auch noch erledigen. Ich glaube aber noch, wir sollten noch kurz hier reingehen. Ah, geil. Es gibt hier Baathing-Saults und die sind wertvoll. Ihr habt ja gerade gesehen, was es an, was es an Coins gegeben hat. Ich habe es, ich weiß, dass ich selber gerade nicht. Aber jetzt hier gibt es Münzen. Da gibt es auch wieder Baathing-Saults. Das heißt, die GEP 15. Das ist schon mal gut zu wissen. Und da ist noch mal so was drin. Hier gibt es noch was essen. Ist hier noch was drin? Nein. Das heißt, wir haben alles aufgemacht. Und jetzt gibt es hier aber noch einen Audiograph. Das heißt, wir haben uns aufgemacht. Emily, ich weiß, dass die Zeiten sehr schwer sind. Du bist die Vierer der Vierer der Vierer. Und ich will nicht prüfen, um die Druck zu verstehen. Ich weiß, dass du und deine Mutter vor dir, was das ist. Wer zu tun, was das ist. Wer zu tun, was die Vierer der Vierer der Vierer ist, um die Kälte zu verraten. Und wir uns zu verraten. Ich weiß, was es ist, dass du für die Verlust für die Verlusts nicht gemacht hast. Aber glaub ich mir, wir finden diesen Krone-Killer. Und sie werden sie bezahlen. Tomorrow ist die Anniversary der Vierer der Vierer. Ein schulder Tag, für sicher. Aber ich will, dass du alle, was passiert über die letzten 15 Jahre passiert. Du hast auf dem Throne gehalten. Und du hast getan, was du für die Menschen des Empires. Du hast die Flügel verraten. Du hast die Vierer in Ordnung gehalten. Du hast die Vierer in Ordnung gehalten. Und gestern, wir haben eine Magnifizante船 gesammelt. Du bist der Soverein, die deine Mutter wollte, und ich bin stolz von dir. Ich bin stolz von dir. Wir wollen hier auch mal fortbewegen und schauen, ob ich hier noch ein bisschen was tun kann. Da sind ein paar Münzen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Schade. Genau. Auch ganz nett ist, dass wir auf die Relink drauf gehen und nicht direkt runterspringen. Und gucken wir uns gleich erstmal auf den hier noch. Oh. Traitor. Die bringen einfach irgendwelche hilflosen armen Frauen um. Das finde ich total nicht in Ordnung. Den einen Butler da hinten haben sie auch umgebracht, den ich da schon gesehen habe. Zauunruhle Menschen hier. So. Achja. Warte. Hier ist noch eine Zeitung. Die könnt ihr noch lesen. Oder was gesagt. Die könnt ihr jetzt lesen. Indem ich sie kurz offen lasse und dann auch schon wieder zumache. Und dann geht es weiter. Genau. Es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade etwas gehetzt wirke. Aber ich mag das jetzt noch kurz. Ich mag jetzt hier ein bisschen was voran. Wann bin ich? Genau. Und. Hm. Sieht so aus, dass es mir ein Secret zu geben. Aber ja. So. Dann. Dann. Wenn die Karte geflogen ist, wir sollten die Zeit haben. Wir müssen hier bleiben und die Leute kommen. Ich werde zurück, wenn ich die Kirche nachzunehmen. Ich werde zurück, wenn ich die Kirche nachzunehmen. Ich werde nicht in diese Karte geflogen. Wir werden dir, wenn jemand von der Dukes zurückkommt. Das ist spannend. Alles verändert. Ja. Die Natur-Warte ist wiederum. Die Ramses haben damals die King und die Queen von Morley gewonnen. Wann das wissen? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und den Boels und der Kreme der Gesellschaft gespielt. Und sehr schnell bist du zurück, Kapitän. Er bewegt sich aber gerade etwas. Doch, jetzt bewegt er sich. Ein bisschen seltsam, dass wir das durch die Tür durchsehen können. Aber naja. Hmm. Hey, was ist hier passiert? Ja, wir haben uns natürlich die Leiche dort liegen lassen. So. Trauer. Das war für meinen Vater. Das wird nicht meine Hand wieder verlassen. Okay, Angie. Schmeißen es den Leuten hier noch. Ich muss mich schlafen. Hm. Das ist gut. Was? 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 Wenn wir sie tatsächlich zusamt Plaschen können wir sie sehr schnell überrufen. Das blöde ist tatsächlich, dass wir jetzt noch ein bisschen Schaden gefressen haben dadurch. Was jetzt durchaus unpraktisch ist. Ja. die schweine haben hier tatsächlich einfach alle möglichen leute umgebracht und achso doch so ist das ding gebaut ah hier kommen wir her die tür ist blockiert gehen wir nicht wieder rein aber gehen wir kurz hier rein essen mal was damit es uns wieder ein bisschen besser geht es hat also nichts alles gebracht wir schauen mal was passiert wenn wir hier oh vater gut wir schauen jetzt aber mal ob wir hier aus der frugtür raus können ramsay's men barred so he have time to leave my safe room so damit ist dieses rätsel gelöst weil tatsächlich als ich das erste mal gespielt habe ich ganz vergessen dass ich da lang wollte und ja dann bin ich da nicht lang ja das ist ja was unser vater vorhin getan hat als er die leute umgebracht hat hat er mal sehr schnell irgendwie drei leute hier ausgeschaltet so wir haben genug gegessen jetzt geht es da hoch in unsere räumlichkeiten und zum safe room so und wenn wir können nehmen wir jetzt die alexi mit und tun die hier mit rein und legen sie hier so viele nachts in hier auf der ratplage kann ich das irgendwie auch wieder zumachen ich lege sie erstmal hier wieder aufs bett Zuerst können wir noch den Letter von Weyman lesen. Und wenn wir ihn lesen, werden wir sehen, dass das anscheinend ihr Geliebte ist oder sowas. Auf jeden Fall lieben sie sich sehr. Wie er hier schreibt, I love you. Und das ist ja eher nicht so flossenmäßig. Oh, oh, sorry, ich wollte dich eigentlich schön ablegen. Okay, wir können anscheinend nicht schön ablegen, sondern nur werfen. Gut. Hier haben wir dafür noch ein weiteres Buch, das könnt ihr auch gleich lesen, dem ihr halt mal kurz pausiert, wie gesagt. Da ist noch ein Audiograph, das werden wir auch gleich anhören. Hier haben wir noch so ein cooles Ding, ein Carving. So, und dann gehen wir mal hier oben und hören das Audiograph an. Emily, meine Daughter. I know that one day you'll be grown up. And I wonder what you'll remember of these years. Will you recall your time as a child with fondness? Or were there too many caretakers, formal dinners, and lessons about boring old history? Maybe the precious hours we spent together will shine brighter. Time captured now and then with your mother and with Corvo, who was always close to my heart. I hope this season of rats and plague will be nothing more than a passing shadow on your early memories. A crisis come and past, weathered by your mother and her advisors. You'll sit on the throne someday and we'll do well, I hope. It's a tricky life, full of responsibility and peril. It was not your choice to be the daughter of an Empress, but I believe you'll rise to the challenge. Stay good-hearted, Emily. Keep drawing and telling stories and only share your power with those you truly trust. If only I could talk to my mother one more time. Yeah, that's pretty good. Interessanterweise haben wir jetzt auch gerade gesagt bekommen, dass wir tatsächlich irgendeine Power haben, das heißt, irgendwelche besonderen Fähigkeiten anscheinend. Ähm. Genau. Hier noch ein Buch. Dürft ihr wieder lesen. Und ja, wir haben irgendwelche Powers. Ich bin schon tatsächlich immer interessiert daran, was das wieder für Dinge sind. Genau. Auch hier kennt das Spiel. Ich lasse das mal kurz offen. Das hier ist die selbe Zeitung, wie wir vorhin. Und auch wenn es ein bisschen aussah wie jetzt hier keine Ahnung, eine Klarinette oder ein Teil einer Klarinette. Dies ist tatsächlich ein, zwei Glas. und wir haben jetzt tatsächlich auch die Pistole schon bekommen. Hier ist der Safe tatsächlich, die, die, die ich gemänt hatte. Even if I had a way to carry it all out of here. Bam. Riesenblöcke Gold. Der Typ hat nicht gelogen. Die Riesendinge können wir nicht mitnehmen, aber diesen Gold kann man mal so einpacken, wie man den Zettel auch zu da unten steht noch ein Goldblock. Das heißt prinzipiell und da steht und da steht ein Goldblock. Das heißt prinzipiell, wenn er hier reinkommt und das könnte durchaus passieren, weil wir die Türe oben auf und gelassen haben. Gibt es keine Möglichkeit, das wieder zuzumachen. Entscheidend kann man das nur von dieser Seite auf der anderen Seite nicht zumachen. Das ist ein bisschen... Achso, nein, hier geht das. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar tatsächlich auf die Geschichte der Einfluss hat. Eventuell ist es tatsächlich der Einfluss, dass der Typ... Achso, warte mal, der Typ ist tot. Hier haben wir die anderen, die dann hier reinkommen. So, go to Dunwall Streets oder bleiben wir hier im Turm? Natürlich gehen wir raus. Und was uns hinter der Tür erwartet, seht ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zueinschalten. Freue mich schon, wenn ihr wieder da dazukommt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.